Also früher habe ich immer das so gemacht, dass ich dem Pokémon immer vier Angriffs-Moves beigebracht habe. So, weil ich noch ein kleines Müsschen war. Was haben wir denn hier so? It loses a powerful blast of light that cuts egg. TM9? A powerful blast of light? Ist das Solarstrahl? Aber es steht nichts davon, dass es eine Runde aufladen muss. Keine Ahnung, was es für eine Attacke sein soll. Was ist jetzt? Lichtschild oder Reflektor? Eins von beiden. A ramming attack that might cause flinching. Eine rammende Attacke? Mit der man flinscht? Ich habe keine Ahnung! Es gibt so viele Attacke, die flinchen. Ja, create a wall of light that lowers special attack damage. Wie gesagt, Reflektor oder Lichtschild. A powerful fire attack that may burn the foe. Flammenwurf. Ach, ich wollte gerade irgendwas mit Feuer sagen. Was haben wir denn hier auf? Strikes the foe with a thunderball that may paralyze. Das ist Donnershock. A brutal snow and wind attack that may freeze the foe. Das ist Eisstrahl. Powerful but needs... Recharging the next turn. Recharging? Aufladen? Da ist das Superstrahl. Würde ich mal gleich behaupten. Nette TMs habt ihr hier. Oh, sind zu teuer, oder? Ja, ich kann mir nicht mal eine leisten. Welcome! Blablabla! Ah, das sind alles für die... Hier Geheimbasen, die man errichten kann. Was ich ja in... Dings... Smaragd nicht getan habe. Euch nicht gezeigt habe. Vielleicht können wir das hier ja mal zeigen. Wie so eine Geheimbasis aussieht. Was sind auch für die Basen? Ganz viele Teppiche. Was haben wir denn so für Teppiche? Oh, mit Herzchen! Kissen. Da hat jemand hier... Pikachu das Fell über den Ohren gezogen. Ach, hei je. Ein Meryl-Kissen. Malu! Hoppa! Warum? Malu! Was haben sie nur mit dir gemacht? Wobei, das ist ein Meryl-Kissen und kein Azum-Meryl-Kissen. Was? Eine Kasselia-Puppe! Okay. Eipom? Eipom? Was? Hä? Sollst du den Morgata darstellen? Aber wieso steht da Eipom? Was ist Eipom? Eine Kasselia-Puppe! Skaraborn Pimiko Tanzer Hothoth Ach, das soll ein Griffel darstellen? Das sieht aber eher nach einem Imolga aus Anstatt einem Griffel Ich erkenne da keinen Griffel Ich erkenne da einen Imolga Aber kein Griffel Das hat viele cute Mets hier Ich weiß, welche Mets ich bekomme Vielleicht würde ich sie alle kaufen Ja, dieses Ort ist voll von cute Mets Ich sollte sie für mich Instatt von nur für meine Kinder Ich bin nicht groß genug für Raze Pokémon Also ich bekomme eine cute Mets Ja, vielleicht kannst du dann die Puppe trainieren Und dann plötzlich hat es sich herausgestellt Dass die Puppe ein richtiges Pokémon ist Weil es gibt ja so ein paar Pokémon, die aussehen wie Puppen Dann musst du dich halt nur klonen lassen, ne? Natürlich ist es nicht möglich Ich weiß Ich weiß Würdest du dich interessiert in ein Pokémon zu lernen Substitut? Was ist das für eine Etecke? Delegator Vielleicht später Oh nein Ein Pokémon kann eine Kopie von sich benutzen, du kennst Ja, ich weiß, wie Delegator funktioniert Keine Angst Oh, ich bin dreier Thirsty Soll ich dir jetzt hier was kaufen? Oh Einmal gekauft und schon eine extra Wasserflasche kommt heraus Heute ist mein Glückstag zu sein Irgendwas davon wird er sicher trinken Und wenn er so ist wie in Blattgrün und Feuerrot bzw. Rot, Blau, Gelb Was? Du willst nicht? Okay, dann ist es nicht so wie dort Und ich dachte, sie hätten das als Einspielung übernommen Der Hackmaker Don't they have set data for the clear out sales? I watch TV, but they never show any Commercials Blablabla Schön für dich Mir doch egal Aufzug Ja, geht doch, geht doch, geht doch Upload beendet Much better Much better Ich will nach ganz unten Kiki Ne, mit die hab ich noch nicht geredet If you put dolls or cushions on the floor, they will get dirty I'm going to buy some bricks so my dolls and cushions won't get dirty Was sind Cachions? Ach so, Kissen Warum sagst du nicht einfach Pillow? Was ist der Fanclub, ne? Ja Do you see the cave below the city? I can find a path to reach it Ach die Höhle Vielleicht brauchst du Surfer? Da liegt ein Item Das ist auch ein Strand Ui, nice, nice My Pokemon has a hasty nature It has higher speed compared to my other Pokemon Maybe their nature has something to do with the stats gains of Pokemon Ja, und jetzt? Ja, jedes Wesen verändert ja was, außer die 5 neutralen Wesen There is a deep underwater Trends in Wut V and Wut O Ich kann die englischen Wutstaben nicht! Man, hört auf! O und V, ne? Beziehungsweise V and O V and O VIP That's what someone told me anyway Ehhh, schön fertig Oh, hallo Chicken, so this is where you have been looking for Pokemon? Let me see how good you got I will test you Now, it's a battle, so battle! Gut, dass ich mich neu ausgerüstet habe und meinen Pokemon geheilt habe Wieso kommt der, wenn ich zu der Arena gehe? Gut, dass du nur zwei Pokemon hast Du hast ein Natu! Und du bist Level 23! Heißt das, ich bin schon wieder unter dem Level des Arenaleiter? Egal Shit happens Hehehehe Funken-Sprung! This is going to hurt, bro! Aber es hat nicht gereicht! Was zur Hölle? Es reicht nicht! Nein, es reicht nicht! Tüt, tüt! Und eine 20 für Smoky! Hey, das andere kommt auf 21 bis! So, Koko für die Erfahrung rausholen Ich bin eindeutig unterlevelt Ist Shaker rein schon ein Boden-Pokémon? Shaker rein Nein, okay Okay Noch kein Boden Twilight! Kann das schon Boden attacken? Das ist die Frage Biss Das ist keine Bodenattacke Hab ich gehört Ah, so viele Schaden Fluch Speed sinkt Attacke steigt Verteidigung steigt Du hast gerade mit Bisse speziell angegriffen Und ich greife die spezielle an, ne? Also ist mir egal Biss Ich heile einfach mal Und das hat nicht gereicht! Und das hat nicht gereicht! Heelbell? Was wär das nochmal für ne Attacke? Benutzt keinen Trank? Wie gemein bist du denn? Ach, Vitalglocke Ach, Vitalglocke Halt alle Statusprobleme im Team! Außer Besiegtheit Hehehe Ich hätte schon 26 sein sollen vom Level Okay Okay Hm, you've got pretty done! Descent Ich würde sagen Ich würde sagen Du bist gut genug zu suchen für Pokémon Anywhere Oh, hey Chicken Du hast eine Match-Call-Feature put on your Pokénav Cool! Merkst du das jetzt erst? Ich war letztens erst im Ne? Labor des Professors Du standest sogar neben ihm als er das gesagt hat! Mann, du hast das wirklich nicht gemerkt! Ich bin enttäuscht von dir! Apropos unterlevelt sein! Hehehe Ahhhh Mich als Feuerlöcher muss ich grad bei den Uploads schieben Die Folge, wo ich unterlevelt war Plötzlich war Team Magma Level 17 Ich hab noch so auf 14 oder so rumgehockt Ups! Außersehen nicht hoch genug Aber hey! Ich hab sie trotzdem fertig gemacht Also von daher Let's register each other so we can get in touch anytime Hehehe Wie willst du mich denn berühren, wenn... Ich merk grade, wie doof der Satz eigentlich klingt Hehehe Oh nein! Was hab ich getan? Was hab ich getan? Wieso hab ich den Satz angefangen? Ahhhh